Mein Name ist Günter Krahl. Günter Krahl, einer von vielen Innomec-Usern. 55 Jahre. Geht lächelnd durch die Stadt. Ich habe Makuladegeneration und habe nicht mehr 30 Prozent Sehkraft und wohne derzeit in Wien. Kunsthistorisches Museum, Innenstadt, Riesenrad. An Wien gefällt mir sehr gut, dass ich hier sehr viele Möglichkeiten habe, nicht kulturell. Chloriett in Schönbrunn. Und auch kulinarisch zu bewegen. Ich bin halt ein Mensch, der sich gerne mit Freunden trifft, gut essen geht oder auch Konzerte besucht. Ein Cellospieler. Und einfach hier das Leben in Wien genießt. Sehr zufriedene Ausstrahlung. Wenn ich mich hier in der Stadt bewege, zum Beispiel auf ein Konzert gehe. Mit Langstock vor Zebrastreifen. Gibt es für mich sehr viele Gefahren. Auto passiert ohne zu halten. Es gibt dann zum Beispiel Gehsteige. Geht stufenaufwärts. Stufen, Bäume und Personen. Fußgängerzone. E-Scooter weicht in letzter Sekunde aus. Mit dem Blindenstock ist es zwar machbar, aber man bewegt sich sehr vorsichtig. Tastet sich mit Stock zögerlich voran. InnoMake Aufsatzteil in L-Form. Bestehend aus zwei Trichtern mit kleinen Sensoren. Dahinter Schuh mit leerer Metallschiene in Sohle verbaut. InnoMake Hinderniserkennung für Menschen mit Behinderung und Einsatzorganisationen bei schlechter Sicht. Mit dem InnoMake ist es jetzt viel besser geworden, weil er mit seiner Sensorik Hindernisse schon ab vier Meter erkennt. Schuh von oben mit Messskala. Text. Bis zu vier Meter Reichweite. Das Aufsatzteil. Text. Innovation. Hightech. Weltneuheit. Wasserdicht. Je näher ich zu einem Hindernis komme. Geht stufenaufwärts. Desto schneller wird das Vibrieren oder das akustische Signal wie bei einer Einparkhilfe. Ein gestecktes Aufsatzteil im Schuh. Text. Bluetooth-Verbindung zum Smartphone. Ändert die Einstellungen in der App. Text. Smartphone-App als Fernbedienung. Die Bedienung ist eigentlich recht einfach. Mit der App kann ich den Schuh verbinden und dann sämtliche Einstellungen einstellen. Text. Feedback individuell an Umgebung anpassbar. Dabei gibt es unterschiedliche Feedback-Arten wie Vibration. InnoMake Aufsatzteil. Text. Vibration. Audio-Feedback. InnoMake Aufsatzteil mit Schuh. Text. Töne. Oder LED am Schuh. Text. Licht. Bewegt sich mit aktiviertem Blinklicht. Auf ihr händischauende Passantin weicht deshalb aus. Spaziert zuversichtlich und sicher in der Stadt mit Langstock und InnoMake. Findet Lücke zwischen zwei parkenden Autos. Ohne dass der Langstock die Autos berührt. Die wichtigsten Funktionen des Schuhs sind für mich die Hinderniserkennung und die Möglichkeit individuell auf Situationen das anzupassen. Smartphone ändert die Reichweite in der App mit Hilfe von VoiceOver. Mir gefällt am besten, dass die Hindernisse einfach richtig rechtzeitig erkannt werden. Das Tolle am InnoMake ist auch, dass es ein Alltagsgegenstand ist, den ich immer bei mir habe. Schiebt das InnoMake Aufsatzteil mit Leichtigkeit in den Schuh. Mit dem InnoMake fühle ich mich viel sicherer und kann mich im Alltag besser und schneller bewegen. Im Zeitraffer Aufsatzteil wechselt zwischen verschiedenen Schuhmodellen. Ich sage immer, durch die Sensorik habe ich den Tesla am Fuß. Produktlogo des InnoMakes. Ein Punkt mit drei Wellen nach rechts. Kontakt www.innomake.eu Mit Günter Kral Martin Oberhauser Location Wien Copyright Tech Innovation GmbH 2019 www.innomake.eu